Hallo zu einer neuen Raft-Folge. Hallihallo. Gut, das haben wir jetzt ein bisschen verkackt hier. Ich fahr gerade mal hoch. Leute, die Leite, die kommen ja. Obwohl, kommen die entfernt, ne. Ja, eigentlich kommen die weg. Weil wir haben ja jetzt unsere schöne Treppe. Oh, da hinten ist eine Insel, aber ich glaube, das ist keine große, oder? Also eigentlich sollte man vielleicht jetzt echt mehrere große Anbauflächen haben, die Holz abbauen können. Ja, ich habe auch schon überlegt, so eine ganze Reihe irgendwo. Aber die ist halt so riesig. Ich überlege gerade, wie man das am besten... Ja, man bräuchte halt hier am Rand so noch eine Fläche und dann... Oh, ich habe Hunger. Ah ja, dann nehmen wir euch schnell. Legen wir euch drauf. Höh. Was? Scharnier, Scharnier. Was fragst du Scharnier? Ah. Ich höre es doch wieder. Stirb. Stirb. Ah, er ist tot. Stirb. Kartoffel. Oh, da gibt es wieder Fleisch. Heisch. Also, könntest du jetzt noch ins Wasser springen, wenn du... Das ist wohl möglich. Ja, gut. Die, die Insel... Aber mit Eier, wie kriegt man eigentlich Eier? Weil irgendwie bringt das mit dem Nest dann nichts. Ne, da kriegt man nur Federn irgendwie. Ja, aber Federn brauche ich echt gar nicht mehr, ne. Das nervt schon richtig hart. Ich will die Federn schon gar nicht mehr sehen. Mh. 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 Finde ich ganz schön, ne. Nur erstmal, so... Biss man da, alles gut... Ist okay, ja. Ist okay. Ist okay. Jups. Waaaahhhh. Waaaahhhh. Richtig. Kann man eigentlich eine Anlass braten, ne, ne? Nö, oder nicht. Und man kann auch noch kurz kurz, was ich... Ach. Waaahhhh. und natürlich wieder austauschen und jeder so ein das hast du da eingetan das ist das und darüber drüber darüber und über progressive und darüber und dann toffe kartoffel 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 perfekt was überlege ich doch langsam aber doch zwei wasserdinge bei den ganzen pflanzen brauchen das ist doch klar kannst du ja das ist ja kein problem würde ich mal behaupten ja dann schau ich mal ganz kurz sie muss es gibt den sprinkler ja wenn du ganz automatisch automatisch eine batterie nicht so schwierig zu stellen das ist natürlich die andere und aber man wenn man ladestation hätte wäre das ja ganz okay eigentlich ja also später kann man glaube ich solaren windkraft da ist ja glaube ich kein probleme dann aber so sechs nägel also ich hätte hier noch nägel wenn du ja wobei schrott ist relativ sex nägel bräuchte ich selber klasse klasse und zwei stück der palmenblätter es braucht doch kein schwanz haupt ja das ist übel obwohl ich mache vielleicht mal die seite draus ja ho 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 so ich kümmere mich irgendwie nur noch ums essen aber das macht grad voll bock und sie ehrlich sagen so du übernimmst meine aufgaben das ist ja gut oh zwei grills alles voll meine kochecke siehst du das ist das nicht geil weil wir eigentlich dann hier die treppe runter machen hier so oder wie hast du das geplant ich glaube eigentlich gar nicht dass es so nötig wäre mit einer treppe weil ich habe ja die flasche und da kann ich alle vier auf einmal befässern das ist gar nicht so gut machen wir es mit der flasche also du willst noch irgendwie einen zweiten weg nach oben die insel will aber weiter weg irgendwie ich habe ja noch so ein schluss ne da auf so wie ich steht 12 uhr ist eigentlich noch eine insel die ist grad verschwunden vor zwei sekunden oder wollen wir genau hinsicht ist noch da aber das ist glaube ich keine große nähe das ist eine normale glaube ich die große insel die sind wir hinter uns warte wir können ja auch erst mal zum floß darüber so ich bräuchte wahrscheinlich holz ja ich glaube den schmeiße ich aber auch weg irgendwie irgendwie sinnlos die seine schuhe den schmeiße ich glaube ich auch weg was du hast du ja neben wo die wo immer zum pflanzen weiß ja diese eine so der schuh ja der ist ja gut er war aber ganz kurzig aber irgendwie aber da gehe ich mal so ein komisch schritt nach vorne das will ich auch nicht alle wir brauchen eigentlich schon eine truhe nur für kunststoffen lernen das ist die große insel du schaust direkt drauf eigentlich ach das ist das jetzt ein großes oder meinst du einfach nur die insel die große insel laut unserem gerät und der gerät der gerät ananas mango melone rote beeren doch unser garten sieht doch schon ganz gut aus die doch schwarz sehr sehr gut aus obwohl man muss sich das jetzt mal drinnen das ist sich mal auch mal essen kriege ich ganz gut hin also da bin ich irgendwie ein bisschen stolz auf hier noch ein bisschen schrott so die kokosnuss drin hallo nein jetzt habe ich den speer weg getan ja das ist das ich muss das noch mal hier korrigieren weil das hat sich irgendwie alles so verschoben immer wenn irgendwas haben ist und was kaputt geht so muss das eigentlich fast eher so fast so genau das ist doch eine ganz schön große insel ich glaube ich muss wieder hin da ist wieder so ein fliegviech ich seh das schon ich sehe holz wir kommen ja ich höre doch da schon wieder wo bist du du stirb so sterben aber auch irgendwie nicht aus so blanken aber die blanken aus waren ich hasse es nur so wenn es anfängt irgendwas zu grillen oder zu kochen weißt du und dann irgendwann mal denkst du es ist fertig gehst du hin und denkst du hä was ist jetzt passiert ne und dabei ist die kacke einfach nur keine blanke mehr drin anker so anker ja so perfekter du kleiner pisser arsch gesicht ist nicht sehr nett eigentlich was aber es ist macht der macht der ex kaputt oder wenn das 100 nicht so gerade aus die fehler brauche ich nicht mitnehmen die ärgern mich bloß platz verspendung rucksack oder sowas ich tue es gerade mal einfach da einfach irgendwo rein so ich gehe jetzt einfach da auf die insel und holz ab komm mal hoch man ist die schüler ich tue arsch ja ja das ist exakt die gleiche los ist exakt die gleiche insel wie vorher das wäre jetzt natürlich echt bitter irgendwie kommt drauf an ist eine höhle eine kiste schmutz das so schmutz zum aber schmutz aber ist dann nicht willst du fühlen willst wenn du weiter reingehst müsste eine der welt schwein ist wieder da nein ist nicht die gleiche ja also da ist nichts mehr drin man kann da zwar schmutz abbauen aber da oben ist eine kiste ich kämpfe gerade gegen ein wildschwein komm her ich komme zu dir ja noch noch halte ich mich ganz gut ah jetzt hat er mich erwischt aber ich habe es erlegt perfekt aber es ist bug bei mir rum ich kann es nicht oder brauche ich dafür das werkzeug ne nein oder wie geht denn das weiß ich gerade gar nicht brauchen wir eine axt dafür oder ne schon zerlegen einfach rücken und e drücken eigentlich es geht aber nicht es packt bei mir rum oh nein kannst du da was machen ah ich bin gleich tot scheiß fuchelviech oh man jetzt packt das dabei so eine blöde stelle irgendwie zwischen stein und blatt ich bin oben irgendwo also hier ich sehe noch ist los ziemlich am anfang beim floß ja ich muss jetzt aufpassen ja es greift gerade mich an also ah ok dann müsst du da hin also das wildschwein ist dann in der nähe vom floß ja hier halt lol da unten ist wo soll das denn sein hallo 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 wo bist du ja ich sehe gerade das ganze holz irgendwie das ist ein lahm oder sowas ja ich scheiß drauf jetzt ist es eh die spawnd echt ja ja ich glaube diese lama sonst was sie brauchen gar nicht erst jagen ja wie beim rei wahrscheinlich von ja ist wirklich eins zu eins dieselbe insel ne ja ja warst du in der höhle drin ja aber ich habe keine schaufel oder sowas dabei ich konnte den schmutz nicht mitnehmen leider hast du die äh drohe die kiste genommen ich hole mal schnell den schmutz weil ich glaube der ist relativ selten ja falls wir den oma mal brauchen sollten ich weiß noch irgendwie ja die ganze insel besteht aus schmutz aber nein es muss ja so ein spezieller in der höhle sein ja sowieso ja das ist jetzt selbe insel nochmal ist finde ich ein bisschen schwach aber gut ich bin aber nicht sicher ob wir wirklich jetzt einfach zurückgefahren sind halt wieder alles die spawnd ist ich kann mir das nicht vorstellen meinst du wirklich ich glaube eher dass sie das öfter ein copy paste gemacht haben kann ich mir schon aber es wäre schon traurig also das ist ja überhaupt keine abwechslung genommen aber weil wir haben ja noch nicht so eine richtige große insel gefunden muss ich nur so große inseln ja aber ja nicht so richtige ja ich weiß was du meinst weil das ist schon eine größere insel aber das was die versprochen haben meistens mit so irgendwelche fabriken drauf oder sowas in art mein sinne ja genau diese bunker oder irgendwelche rätsel ja genau wie ging es denn hier gleich achter ich versuche auch irgendwie da hoch zu kommen wieder die flieger ich überlege grad wie ich da hoch ja das gibt es ja eigentlich einen weg hoch aber ich hätte ja habe ich ich mag mich da so leicht machen ja ich habe mich auch gerade ein bisschen so leicht ja genau das habe ich auch gemacht einfach da wo die bäume sind also die bienen gibt es hier auch nicht so richtig ne die bienen war haben oder wie auch immer naja stunden mehr man brauche ich dieses netz zum fangen aber gibt es nichts zu fangen hier oben war doch vorne anderen muss naja am nächsten schön viel holz also ich habe auch wenn es jetzt die alte insel ist aber am nächsten holz ja holz ist wichtig und viel mango wo ist die kiste denn jetzt hingeflogen aber das machst du alter hast du mich gerade schauen ich dachte ich wollte gerade sagen aber das komische vieh ist wieder ist jetzt oben was die ganze sind was wir vorhin gejagt haben dabei warstest du du wo ist denn dieses äh hast du die kiste hier schon geholt bei dem lager ne da bin ich grad da oh konnte ich einiges nicht aufnehmen na ich schau mal was ist das Klaas ist dabei Klaas und Rezept Fischeintopf aber die Rezepte haben wir schon alle oder ja die gibt es mir in meinen Augen ein bisschen zu häufig weil irgendwie nerven die ah ich habe meine Achse scheiße ich habe nackst noch dabei ich komme hast du zufälligerweise Seil ah ich brauche Palmblätter diese Wanne um kann ich mir nochmal nackst das Klaas ja ich glaube aber das ist eigentlich schon super wie alles war wieder auf der Insel wenn es wieder die gleiche ist hier oben ist auch nichts mehr perfekt da so kann ich hier halt sein na gut au hackezack ich hoffe mal dass der mich jetzt in Ruhe lässt wenn ich aufs Floß gehe und der dich angreift ah der Hai das habe ich vergessen den gibt es ja auch noch ов hzt wasser härter war doch hier hast du jetzt eigentlich ein zweites ähh Wasser, Fangbehälter? Nee, 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 hab ich nicht gebaut. Okay. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Okay. Gibt's hier noch irgendwelche Bäume? Hast du irgendwelche Bäume gefällt oder sowas? Ja, ich hab ein paar Bäume. Ein, zwei Bäumchen hab ich gemacht. Gut, da sind keine mehr. Ah, da hinten vielleicht noch einen Mango-Baum oder so. Ananas. Aua! Meine Güte, ehrlich, wir müssen hier echt weg. Wo war denn das scheiß Floß? Schreibe wie da? Ah, das war ja da hin. Äh, nein, ich möchte nicht wundern. Halt. Und... Nee, das Floß ist... Du musst hier um die Ecke sein. Schauen wir mal. Da ist es. Da ist das Floß. Wieder mal ein, du scheiß Vogel. Also wenn ich da bin, ich tu den Anker... Ja, gleich, gleich losfahren. Ja. Kann ich denn? Ähm... So, erstmal hier... Ich muss das Zeug wiederholen, was ich alles abgelegt habe. Scheiße, ich hab... Doch, ich hab so viel Platz. Nein, ich hab nicht so viel Platz. Ich muss ja mal wieder Ordnung machen. Nein... So voll! Immer größere Kissen haben. Das ist furchtbar. Äh... Das sind Bären. Wo ist denn die da hin? Oh Gott, das will... So viel Treibstoff hier drin. Rote Bären waren... Hier... Tu hier mal deine Rote Bären rein. Aber ich mag mal diese Kiste hier eigentlich mal... Äh... Verstauen. Pilze. Fahren wir schon weiter? Ja. Das ist sehr gut. Bitte sag mir, dass du die ganzen Dinger geerntet hast. Ja, ja, hab ich. Alles gut. Oh Gott sei Dank, aber wenn die Vögel alles weggefressen hätten... Nee, nee, nee. Ich hab... Ich hab das meiste geerntet. So, eins hat er erwischt. Aber ich hab ihn erwischt. Also hat es sich wieder ausgekriechen. So, wo ist das Ding jetzt? Lol. Das liegt jetzt... Da. Meine Fresse, ey. Einer. Lass ihn mal an. AAH! Alles voll! Ich weiß nicht, wohin mit dem Scheiß. Hier. Tschüss Blätter. Nein! Ne! Wo ist das? Was? Ist das jetzt... NEIN! Was? Eine kleine Truhe? Ich wollte die kleine Truhe umsetzen und dann hatte ich einen Platz frei und dann hatte ich die Truhe auf dem Boden und wollte grad mein Inventar ein bisschen so ausmisten, dann war die anderen Truhen leer und dann wollte ich das auf dem Boden schmeißen und mich umdrehen, wollte die Truhe wieder nehmen und den Inhalt und das war weg. Gespült. Oder die spawned. Und was war da drin? Die Melonen und so. Also das Ding. Neee. Aber Hauptsache hier liegt noch ein Palmenblatt. Ja, das war das, was ich grad aus mein... Das war das... Das war das, was ich aus mein Inventar grad geschmissen hab. Oh nein. Ja, doch. Ja, aber ganz ehrlich, dieses Drecks... Ich hab... Weg damit. Das Palmenblatt, ey. Wie kann man eine Suppe rausnehmen? Braucht man da... Da braucht man die Schalen. Die waren in der Kiste. Die sind grad weggespielt. Nein! Zehn Stück von den Dinger, ey. Oh Mann. Mann! Mann! Warum ist das so schnell die... die dicke despawn? Das war mittendrin. Ich dachte so extra so nicht am Rand oder so. Nicht, dass das irgendwie aus zu sehen weggespült wird. Ich bin die ganze Zeit voll. Das nervt. Ich auch. Ich bin... Ich... Irgendwie... Hörst du auf? Nein! Nein! Ich brauch das gar nicht machen hier. Irgendwie geht das grad schief. So, das kommt da drauf. Das kommt da drauf. Kann man da Pilze auch drauf tun? Dann können die da drauf. Das kann da drauf. Das, das, das. Die Palmenblätter, die schmeiß ich jetzt einfach weg. Ehrlich. Die Dreck, den Dreck brauchst du einfach nicht. Ne. Ein Kunststoff, ganz ehrlich. Und die Federn, die schmeiß ich auch einfach weg. Ehrlich. Kein, kein Mensch braucht diese Kackfedern. So. Sag mal, frisst du die ganze Zeit mein Zeug weg? Ich fress grad gar nichts. Oh shit, Alter. Ich hatte so viel Zeug und irgendwie ist es extrem weniger geworden. Was? Ach, wo soll ich das denn alles hin tun? Du. Okay, warte. Palmenblätter. Weg. Kunststoff. Brauch ich auch nicht. Die roten Beeren. Na, die behalten wir einfach mal. Na, was liegt denn hier alles rum? Palmenblatt, Palmenblatt. Palmenblatt, Planke, Planke. Hm, Planke nämlich. Alter, was hast denn du für ein Problem? Mann, Alter. Es regt nicht grad furchtbar. Auf jedes Mal, wenn ich irgendwas in die Hand nehme, dann... Du schmeiß ich auch gleich wieder weg? Ja, Scheiß Rezept weg damit, so. Hä, wo waren denn jetzt die ganzen roten Dinger und Beeren und... den hier die ananas haben ich glaube ich glaube jetzt fehlt ich habe ja das meiste von der truhe da waren wirklich glaube ich nur die schalen drin und eine ananas oder so das meiste habe ich ja mein tag wenn inventar geschoben das ist mein problem weil jetzt mein tag voll ist aber noch ein scharnier und das hier noch weg und ein schein hier haben wir wieder näht doch ein scharnier musst du noch da sagen glaube ich echter ist keins drin was dahin ist es dann da die scharnier müsste eigentlich und da ist kein scharnier metall waren halber ist wieder oben ach weißt was die wassermelonen ist was wir einfach da oben rein genau dann hier also doch passt alles gut also prinzip die angst einfach und da halten jetzt kommt oben rein hier ist auch noch ein stein die stunde kommt hier rein hier noch die samen hier platz natürlich so langsam langsam geht es dafür klippert das scheiß daran das ist nicht dein ernst jetzt was wenn du alter also wenn du die küche nimmst und mal anders hin tust gehen die rezepte verloren die muss man also dafür erst wieder abhängen glück gesagt ich muss gar nicht dass man mich abhängen kann doch die muss man einzelne hinhängen da oben ist irgendein eindringling ja ich habe mich schon ist schon tot jetzt geht es schon wieder los echt das ist Katastrophe so ich muss hier erstmal entleeren entleeren oh ich habe wieder Platz oh nice so da schrott rein ähm nägel tja das ist jetzt natürlich irgendwie ja dass die rezepte halt weg sind ach so und da habe ich ja nicht immer nur tanne gar nichts und da liegen wir uns auch nicht noch oder irgendwie hier so voll für den Arsch oh Gottchen oh wird doch langsam richtig groß hier hier noch ach so wie viel hier fehlt eine Stütze na warte warte da kann ich glaube ich noch bauen äh Rettung ne alles gut also ab sofort wenn du noch rezept irgendwo keine ahnung was wieso hast dann äh ja so ich habe jetzt absolut kein Holz mehr vielleicht wie unten ist ja gar nichts wir haben jetzt alles nach oben geschippt oder was äh ja ich weiß jetzt nicht wie es sind wohl das war hä ich weiß sowas nicht wie sinnvoll das war aber vielleicht ich wollte eigentlich nur ich wollte ja nur meine Küche nach oben bringen ja und alles was damit zusammenhängt und dann die und die Bäume und Garten und ja alles eigentlich ja das war das war das warst du ich wollte eigentlich wirklich nur meine Küche da hoch bringen also alles so meine weißt du wo ich hier ja vielleicht auch gut wenn der Garten und so oben ist ja ja das ist klar das gehört dazu das ist so ein hier ein wasch die Bäume ja was anderes ist ja nicht oben die Bäume müssen wir hoch wollen weil sonst können wir keinen ersten Stock machen ja das ist ja okay die Bäume aber die würde ich dann da hinten hinsetzen und sie würde ich umsetzen wenn wir die dann mal ja genau die Bäume würde ich auch ja genau die Bäume würde ich auch ja genau die Bäume würde ich auch das ist aber die Typen die hat doch an ich mal ein Land an und zahl oder 20 Kartoffeln essen oder sowas äh jetzt ist es jetzt langsam zu oder eigentlich ja jetzt ist es okay also jetzt 33 Minuten ist glaube ich ganz in Ordnung aber ich muss sagen die Hähnchenschlägel die machen eigentlich gut zart ich bin mal ganz zufrieden ich bin mal ganz zufrieden ja die sind eigentlich ganz klar wo ist denn die Wassermelonen ach das nirgends ähm dass man das immer wieder auswählen muss zum Essen ach das ist ein bisschen bescheuert ach das sind die Tonschalen ja ich habe neue neue gemacht ich habe da mal schnell neue gemacht ne all right sondern hier die ganzen alter wir haben echt viel was zum so haben wir da jetzt irgendwas ja da kann man das da rein tun und wieder den Setan kann man hier wieder rein tun ja das ist alles gewässert einwandfrei ja ich höre es doch wieder ach 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 noch den nagel rein genau doch zusammen aber was hältst du davon ja das bespricht mir der nächsten folge kommt 36 minuten alter das ist nicht dein ernst das besprechen wir in der nächsten folge also ich sage danke fürs zuschauen und bis nächste folge